Top-Wissenschaftler sagen halt eben, wir stehen dem Massenaussterben und mehreren Konflikten und Krisen bevor. Und gleichzeitig sagt das World Economic Forum auch so, wir haben ein riesiges Nachhaltigkeitsthema. Das heißt, also was wir sehen, ist ja auch dieses, alles, was wir vorher schon betrachtet haben, nämlich dieses, dass Politik das weiß, aber nichts tut, das Unternehmen das wissen, aber nichts tun und so weiter. Aber grundsätzlich alle sind sich einig, es muss ja irgendwas passieren. Das wollen ja alle so. Und dann, wenn sich dann alle so schrecklich einig sind, dann haben wir uns auch mal überlegt, woran kann das denn liegen? Und dann fiel uns auf, ja, es fehlt noch einer. Und wer fehlt, ist nämlich in der Tat der Eigentümer. Weil die ganzen Unternehmen und Gesellschaften und so weiter, die gehören ja irgendjemandem. Und wenn man die dann mal betrachtet, dann sieht man, okay, hier sind wir vielleicht einer Sache auf der Spur.